Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Wie immer, wenn du Deutsch lernen möchtest, dann besuche die Webseite AuthenticGermanLearning.com und dann hast du mehr Optionen, Deutsch zu lernen. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schicken an info at AuthenticGermanLearning.com und dann kann ich dir helfen. Okay, und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind bei der Mine von Neschkel und ja, wir werden uns mal anschauen, wie es so aussieht und mal anschauen, was mit der Mine los ist. Hier haben wir ein paar Hunde. Das sagte die Augenbo, kratz ihnen in die Augen aus. So, wir töten diese Hunde hier. Wir scheinen nicht so schwer zu sein. Haha, genau das sagte er auch. Das dürfte nicht so schwer sein. Ja, da haben wir auch einen Heiltank. Den kann sie hier haben. Ich werde mal schauen, was ich mit dem Sound machen kann. Das ist immer so... Musik ist immer so laut im Vergleich zu den Stimmen, obwohl ich alles... Musik scheint sich gar nicht zu ändern. Aber selbstverständlich! So, bevor wir zur Mine gehen, möchte ich mal kurz in den Süden gehen. Dort ist nämlich jemand, den wir suchen. So, Kalis. Kalis sollten wir mal heilen. Hier ist ein Lagerhaus und dann gehen wir mal nach unten. Ich überlege schon fast einen Cheat zu machen, sodass alle Karten automatisch aufgedeckt werden. Aber vielleicht ist das zu viel gescheitert. Denn ich verschwinde jetzt. So, wir sprechen hier mit Prism. Ah, wunderbare Kreatur. Du bist mein Meisterwerk. Ich hätte diese Smaragde nicht stehlen sollen, aber ich wusste mir keine andere Möglichkeit, dem erhabenen Glanz deiner Augen Ausdruck zu verleihen. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich habe meine Laden verlassen, alle meine Aufträge vergessen und alles Geld ausgegeben. Ich muss dich vollenden. Warte, da ist jemand. Wer seid ihr? Der unerbittliche Grauwolf hat euch geschickt, nicht wahr? Wir kennen niemanden namens Grauwolf und wollen auch nichts mit ihm zu tun haben. Denn näher sei Dank. Ich fürchtete schon, es wäre um mich geschehen. Ich bin für ein Leben auf der Flucht nicht gemacht. Möchtet ihr vielleicht einem Bildhauer von geringem Verstande helfen, sein Götterbild zu vollenden? Bitte wacht hier. Grauwolf kommt bestimmt hierher, denn er hat es auf die Belohnung für die Edelsteine abgesehen. Ich gebe euch alles, was ich noch besitze, wenn ihr mir nur diesen einen Gefallen tut. Wenn euch das so viel bedeutet, werden wir euch beschützen, so gut wir können. Ich danke euch, denn ich kann diesen Ort so lange nicht verlassen, wie meine Aufgabe nicht beendet ist. Ich habe Schnelligkeitstränke zu mir genommen, um schneller arbeiten zu können und habe seit Tagen nicht geschlafen. Ist sie nicht schön? Sie ist ein Mahnmal meiner Torheit. Ich sah sie nur ein einziges Mal am Rande von Evarezka und brachte kein Wort heraus. Ich ließ sie dahin ziehen und seither lässt mich mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. So, jetzt kommt bestimmt Grauwolf. Ein Grauwolf kommt keiner lebend vorbei. Prism, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein, noch nicht. Mein Werk ist beinahe vollendet. Bitte, ich flehe euch an. Spar dir das Gewinsel, Trottel. Für mich bist du nichts weiter als Gold in meinem Beutel. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Wer sind eigentlich diese Schwachköpfe da? Prism möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Warum nicht? Was kann es schon schaden? Ich glaube, ihr habt noch nicht ganz kapiert, was hier los ist. Wenn ich eine Belohnung einstreiche, will ich auch was dafür leisten. Gehe zur Seite, damit ich endlich mit diesem Spinner hier fertig werde und mein Geld abholen kann. Oder muss ich mir meinen Weg erst bahnen? Überlegt es euch besser vorher, ob ihr euer Leben aufs Spiel setzen wollt. Schön für euch, wenn ihr es schafft, uns zu retten. Okay, jetzt ist dieser Typ unser Feind und er bekommt das, was jeder bekommt, wenn er gegen mich kämpfen möchte. Oh, das hat wehgetan. Ich glaube, mein Skript hat gerade verhindert, dass ich... So, kein Skript. Du machst nur das, was ich dir sage. Hier lang! Ich tue mein Bestes. Oh. Ja... Ist nicht so schön zu sterben. Apos selbstverständlich! Ah, wunderbare Kreatur! Du bist mein Meister, Bart! Ein Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei! Hm. So, ähm... Du bist... Ich hab genug davon! Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Wie ihr wünscht. Wenn niemand besser geeignet ist. Eins auf die Reordnerin. Kann ich euch behelflich sein? Man kann's ja mal versuchen. So, jetzt geht's los. Minsk in einem Schlag tot! Wow! Wow! Dieser Typ ist echt stark. Hier lang! Ähm... Vielleicht könnten wir mal hier einen... Äh... Speicherstand anlegen. Ähm... M3. Und dann... So, und dann können wir vielleicht nochmal schnell speichern, bevor... Ah, wunderbare Kreatur! Du bist mein Meister, Bart! So, und dann können wir vielleicht nochmal schnell speichern, bevor... der Typ uns angreift. Ein Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei! Warum nicht? Das kann ja schon schaden. Denn ich verschwinde jetzt! So, sie geht da hin. Ich bin... hier. Minsk ist... hier. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Hm... Sie geht hier hin. Du bist ja ein komischer Kautz! Du bist ja ein komischer Kautz! Ah, Schnellspeichern erfolgreich. So, wir sind bereit für den Kampf. Okay. Mein Fehlendrache geht's nicht so gut. So... Aua! Ja, glaub ich auch. Äh... Skript. Keine KI. Du sollst dich jetzt heilen. Ähm... Und... Yahira... soll dich auch ein bisschen heilen. So... So... Wie ihr wünscht. Aua! Ja? Ich hab genug davon. Eins auf die vier Ordnung. Meine Dienerin steht zu Zuzusten. Hm... Für die Gruppe. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Es dürfte nie so schwer sein. Oh, äh... Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen, äh... bei der Sache. So... Mal schauen, wer jetzt getötet wird von Gravold. Mann, ich will doch nur diesen Künstler beschützen. Der hat zwar gestohlen... Aber... Aua. Aua, aua, aua. Ah... Eure Dienerin steht zu euren Dienstagern. Eure Dienerin steht zu euren Dienstagern. Wir wählen noch eins auf die vier Ordner für einen guten Zweck. So... Angriff! Für die Gefallenen! Angriff! Der hat... So... Massive Schaden. Also ich... Ich hoffe, dass ich dann auch eine sehr gute Beute bekomme von Grauwold. Ja... Oh... Und Minsk Waffe ist natürlich kaputt gegangen wegen dem... Wegen der Eisenknappheit. Äh... Minsk... Äh... Streitkolben. Haben wir einen Streitkolben? Nee... Aber mein Flegel. Was hier hat denn... Eine Keule? Aber keinen Streitkolben. Egal denn... Na, dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Bis sie gehen. 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 Ich habe 31 Trefferpunkte. Und ich habe mit die beste Rüstungsklasse in der Gruppe. Da... Ah... Und trotzdem... Tötet er mich fast. Mit jedem Mal, ja? Skript... Kein... Ob er nicht angreift, während er... So gut wie erledigt. Ah... Und das war das Ende von Rothbard II. Oder nicht? Nicht. So... Äh... Jetzt muss ich das mal... Skript... Kein... Ähm... So... Noch ein Versuch. Diesmal aber. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wie schnell die sterben! Was? Für die Gefangenen! Für ein guter Zweck! Meine Klinge wird mich zurecht stutzen! Hieb mir auf die Augen! Ich... Ich... Hieb mir auf die Augen, Bo! Auf die Augen! Zauber geschaltet! Fehlschlag beim Zaubern! Zauber geschaltet! Warum Fehlschlag beim Zaubern? So gut wie erledigt! So gut wie erledigt! Für die Gefallenen! Tötet Graowolf! Wer gewiss! Töte ihn! ft! kannst du feld張en beim Zaubernieren gaan lizardieren lassen Über... Fehlschlag beim Zaubernieren Ich bekomme diese gute Rüstung. Und jetzt bin ich wirklich der Tank der Gruppe. Ja, ich habe Minus 5 auf Rüstungsklasse. Ich bin jetzt wirklich eindeutig und ganz klar der Tank. Nicht den Drachen. Wenn der stirbt, dann bin ich auch... Ja, also deswegen darf mein Vertrauter nicht sterben. Also wenn mein Feendrache stirbt, dann bekomme ich 9 Schaden. Also weil der Vertraute gestorben ist. Und permanent wurde meine Konstitution verringert. Das wollen wir nicht. Deswegen ist das immer gut, wenn der... Ich störe mich als schlimmer erwischt als ich dachte. Vielschlag beim Zaubern. Warum immer vielschlag? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich habe das Spiel ein bisschen verändert, sodass ich auch zaubern kann, wenn ich eine Rüstung habe. Aber mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin. Okay, also der wird wahrscheinlich... Grauwulf. Warum bist du so schwer zu töten? Aber das Gute ist das erste Mal, dass ich mal ein bisschen Widerstand bekomme. Aber selbstverständlich! So gut wie erledigt! So gut wie erledigt! Wenn niemand besser geeignet ist. Wer dich mit voll gewaffnet ist. So gut wie erledigt! So gut wie erledigt! Also, mein Plan ist jetzt, wenn ich wieder getroffen werde, dann renne ich weg und dann kann ich vielleicht ihn im Fernkampf besiegen. Okay, jetzt wurde ich getroffen, mir geht es sehr schlecht. Und ich renne weg und währenddessen können die anderen, ah, nicht der Feendrache. So, ich bin ja auch Fernkämpfer. Ah, der ist jetzt schwer verletzt schon. Deswegen wollte ich keinen Cheat machen, dass ich schneller laufen kann, weil das wäre denn wirklich Cheaten. Das hier ist nicht Cheaten, sondern Taktik, würde ich sagen. Aber, ähm, angenommen, sie könnte jetzt ganz schnell laufen... Man könnte es ja mal versuchen. Ha! Wir haben es geschafft, endlich! Und ich sag's doch, ne? Ein... Was? Corona plus zwei! Wow! Ein Langschwert! Ähm... Warum wird... Ja, doch, äh, Langschwert! Genau, er ist sehr gut mit dem Langschwert. Und jetzt hat er... Ja, also da sieht man mal, was so einen Unterschied zu einer Waffe macht, ja? Also... Edwin 0 ist um 2 besser, Schaden ist um 2 besser, ähm, und, äh, die Klinge geht nicht kaputt. Und... Ah, und Schadensbonus Kälte. Ähm... 2 in der Stadt, Langbogen, okay. Er ist noch... Oh! Ein... Wow! 1400 Erfahrungspunkte! Wow! Zwei echt... Echt Werte hier... Oh ja, und Minsk... Minsk hat, äh... Wow, Minsk ist eine Stufe aufgestiegen. Ich immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht eine Stufe weiter, ja? Ich brauche noch viele, äh, viele Erfahrungspunkte anscheinend. Ich hab genug davon! Aber das war ein Kampf, der es echt wert war. Ach, mein Werk ist vollendet. Nehmt von meinen Besitztümern, was ihr wollt, aber lasst ihren Augen das Funkeln. Oh süßes Geschöpf! Mein Bildnis von dir ist perfekt. Eines Tages treffen sich unsere Wege vielleicht in einer anderen Welt wieder. Und womöglich finde ich dann den Mut, deinen Namen zu rufen. Elisime! Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Das ist aber wieder tausend... Das geht ja echt langsam mit dem Aufstieg, aber okay. Wieder tausend, äh, Erfahrungspunkte bekommen. Mal schauen, was die so sagen. Also, Prism, der Bildhauer. Prism, die Geschichte entwickelte sich zu einer Traurigen. Aber zumindest beendete er, was ihm am Herzen lag. Die Quest ist noch gar nicht beendet. Also, äh, ich glaube, dass ich, äh, noch mehr tun kann. So, wir werden jetzt mal einfach schlafen. Ups. Naja. Oh. Ihr träumt nicht oft. Doch heute Nacht seht ihr die Traumbilder besonders klar. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und steht jetzt wieder vor den Mauern von Kerzenburg, eurer einstigen Heimat. Doch das Tor ist verschlossen und verriegelt. Über der Burgmauer seht ihr in eurem ehemaligen Zimmer eine Kerze brennen. Doch als die Flamme erlischt, wird auch das Fenster von den Mauern eurer einstigen Herberge verschluckt. So, als ob sie sich gegen euch verschworen hätten. Der Klang einer euch wohlbekannten Stimme schreckt euch auf. Doch sie ist ruhig und zärtlich. Du kannst nicht zurück, mein Kind. Du musst deinen Weg fortsetzen. Vor euren Augen erscheint Gorion. Und obwohl sein Anblick eine beruhigende Wirkung auf euch haben sollte, scheint euer Ziehvater nur ein Schatten seiner selbst zu sein. In eurem Traum, wie auch in Wirklichkeit, ist Gorion tot. Der Geist eures Ziehvaters zeigt in die Dunkelheit des Waldes, so als ob dieser einladend auf euch wirken sollte. Vielleicht ist er das in gewisser Weise auch. Doch eine beschwerliche Reise steht euch bevor. Gerade als euch dies durch den Kopf geht, seht ihr aus dem Augenwinkel, wie ein ebener Weg deutlich Gestalt annimmt. Er scheint wie für euch gemacht zu sein und verspricht ein schnelles Entrennen aus eurem bisherigen Leben. Ihr verspürt einen unwahrscheinlichen Drang, ihm zu folgen. Es könnte zu eurem Besten sein, doch es ist ein wenig zu einfach für euren Geschmack. Ihr möchtet nicht ewig über den erlittenen Verlust trauern, doch möchtet ihr ihn auch nicht ganz aus eurem Gedächtnis streichen. Gorion lächelt euch zu und verschwindet. Der Drang wird zu einem regelrechten Zwang. Ihr könnt ihm jedoch widerstehen und geht festen Schrittes in eure neue Richtung. Dieser Weg ist zwar weniger deutlich erkennbar, doch auch nicht weniger interessant. Als ihr euch auf den Weg macht, drängt ein bruchstückhaftes, dumpfes Flüstern an euer Ohr. Worte, die ihr nie zuvor gehört habt. Es wird euch eine Lehre sein. Ihr werft keinen Blick zurück. Jetzt haben wir trotzdem Kobolde. Kann ich euch behilflich sein? Es dürfte nie so schwer sein. So. Jetzt sind wir alle geheilt. Oh, und ich habe eine, durch diesen Traum habe ich jetzt eine besondere Fähigkeit erworben. Und die besondere Fähigkeit ist, dass ich einen Heilzauber habe. Die habe ich auch hier, also die habe ich auch durch meinen Priesterzauber, aber jetzt ist nochmal einmal zusätzlich die Fähigkeit da. Wir erhöhen die Stufe von Minsk, unserem Waldläufer. Ah, er kann sich auch leise bewegen und im Schatten verstecken. Er hat jetzt einen niedrigen ETW 0. Er kann besser Leute treffen und er bekommt zwölf zusätzliche Trefferpunkte. Sehr gut, Minsk. Er hat jetzt doppelt so viele Trefferpunkte. Unsere... Oh, wow. Da ist etwas. Schön. Ein paar Rubine. So. Ich glaube, es gibt sonst nichts. Jetzt werde ich mich aufmachen in die Mine und herausfinden, was es mit der Mine auf sich hat. Denn es ist ein bisschen doof, dass meine Ausrüstungsgegenstände manchmal zerbrechen. Die Mine ist auch nicht... Also diese Karte ist auch nicht besonders groß. Insofern gibt es hoffentlich nicht viel, was wir verpassen, wenn wir den Rest der Karte hier nicht erforschen. Ich könnte zwar im Internet ein Walkthrough anschauen, aber das lassen wir vielleicht mal. Bergarbeiter... So. Ihr wollt also einen Blick auf meine Mine werfen? Ja? Ja. Emerson sagt, ich kann in meiner Mine keine durchgedrehten Abenteurer gebrauchen. Schon gar nicht, wenn sie nicht mal um Erlaubnis fragen, bevor sie hier rumtrampeln. Ich will doch gerade nach... Das will ich dich doch gerade fragen. Hmph. Von mir aus für einen Tag. Wenn ich euch danach noch hier sehe, kriegt jeder seinen eigenen Schacht gebuddelt. Einen im Sarg-Format. Kapiert? Gut. Okay. Werden wir mal untersuchen. Geht zur Seite, Bürger! Ich wünsche euch Glück da drinnen. Was auch immer das Tohu wa Bohu verursachen mag, ich möchte es lieber nicht sehen. Ja, Tohu wa Bohu bedeutet Chaos und es ist ein Begriff aus dem Jüdischen, aus dem Hebräischen, den wir übernommen haben, aus dem Jüdischen. Tohu wa Bohu. Chaos. So, er geht zur Seite und wir können jetzt die Mine betreten. Haben wir überhaupt... Ne, wir brauchen... Wir brauchen ein paar Ähm... Häne. Es dürfte nie so schwer sein. Ach, ich bin so müde. Bergarbeiter Gord sagt zu mir, hm, noch mehr Abenteurer, hä? An eurer Stelle würde ich verschwinden, solange es noch geht. Ich habe schreckliche Geschichten über das Schicksal derer gehört, die tief in die Mine reingegangen sind. Warum? Was habt ihr gehört? Nun, mein Freund Rufi kam gerade noch mit dem Leben davon, jawohl. Kleine Dämonen sprangen aus den Wänden und jagten ihn. Er wäre tot, wenn die Wächter nicht herbeigeeilt wären. Natürlich. Und jetzt sind die Wächter tot. Der alte Rufi läuft hier irgendwo rum. Fragt ihn, was er gesehen hat und er wird es euch erzählen. Na, das klingt ja sehr äh... So, dann werde ich mal... Wenn niemand besser geeignet ist... Die Gruppe sollte man eigentlich nicht teilen. Aber das werde ich mal trotzdem machen, wenn wir die... Die äh... Für wenige ein bisschen schneller erkunden können. Ihr braucht meine Hilfe? Ich tue mein Bestes. Ich glaube, ich huste Blut. Oje. Er meint, er glaubt, er hustet Blut. Bergabarter Marvin sagt zu mir... Hallo, ihr da. Wollt ihr was? Also, was glaubt ihr, was in der Mine geschehen ist? Das wisst ihr nicht? In der Mine spukt es. Die Geister all derer, die in der Mine umgekommen sind, wollen uns alle töten. Sie sagten, sie würden mich verschonen. Sie mochten mich. Jawohl. Das konnte ich an ihren glänzenden kleinen Augen ablesen. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich habe ich was gesehen. Ich habe mich schon lange mit dem kleinen Kerl unterhalten. Ich hätte ihn... Ich hätte ihn auch gebeten, mit dem Spuk aufzuhören, wenn der Aufseher mich nicht getreten hätte. Er meinte, ich würde bei der Arbeit schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Was? Oh, hier sind noch so welche, die uns retten wollen. Macht schon. Versucht die Mine von allem Bösen zu befreien und lasst euch töten wie die letzten paar. Die letzten paar was? Abenteurer? Was sonst? Ihr glaubt wohl, ihr seid der Erste, der uns alle zu retten versucht? Wohl kaum. Ich wette, ihr werdet auch nicht der Letzte sein. Andere Abenteurer haben anscheinend versucht, die Mine von dem Spuk zu befreien. Mit wenig Erfolg. Man kann es ja mal versuchen. Lass uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Endlich ist jemand da, um uns zu retten. Wisst ihr etwas über das, was hier los ist? Sicher weiß ich, was los ist. Was wollt ihr wissen? Was ist mit den vermissten Bergleuten? Die, ich habe es ihnen gesagt, bevor sie gingen. Zumindest versucht. Natürlich muss es da unten einen Drachen geben, der sie alle umbringt. Er muss böse sein, weil wir seinen Hügel aushöhlen. Armes Denk. Okay, der eine sagt, es sind Dämonen. Der andere sagt, es ist ein Gespenst, ein Geist. Der dritte sagt, es ist ein Drache. Ein Drache in der Mine? Das kann nicht sein. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Jetzt reden sie, äh, verseuchtes Eisen. Das ist nicht gut. Vielleicht nehmen wir eins mit, vielleicht brauchen wir das mal. Wenn niemand besser geeignet ist. So gut, Violet. Aber selbstverständlich. Ich glaube, ich huste Blut. Ich glaube, ich huste Blut. In der Mine von Nascale um. Ah, Dink. Ein Besucher. Welch herrlicher Tag. Wir bekommen hier unten nicht viele, wie ihr euch vorstellen könnt. Geht ihr hinunter in die Mine? Wenn ja, könnt ihr Kylie diesen Dolch zurückgeben. Er hat ihn verloren, als er neulich in die Mine ging. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sicher, ich bringe ihm seinen Dolch zurück. Eine Quest. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Ich hab genug davon. Ich bin so müde. Kein Platz zum Atmen. Kein Platz zum Atmen. Äh. Also. Aber selbstverständlich. Eins auf die Chiorner. Wenn niemand besser geeignet ist. Oh je. Ein Kobold. Und wir es jetzt. Oh. Ach. Ach. Die Gruppe nie aufteilen. Also. Ein kleiner Kobold hier. Hier lang. Hier lang. Du geht so gut wie erledigt. Ah. Hier geht es weiter. Findet Imon noch etwas? Oh ja. Imon findet Gegner. Es dürfte nie so schwer sein. Okay. Jetzt haben wir die ganze Mine schon untersucht. Also die ganze Ebene von der Mine. Und dann gehen wir tiefer. Gehen wir tiefer in die Ebene rein. Man kann es ja mal versuchen. So gut wie erledigt. Hilfe! 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 Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Diese kreischenden Dämonen sind überall. Hilfe! Rettet mich! Fürchtet euch nicht. Wir werden verhindern, dass euch etwas zustößt. Aber ich... Da sind sie. Da sind... Auf sie! Ah Kali! Ah Kali... Ich bin nach die Augen... Wo? Für die Gefallenen! Ah Kali. Das geht viel, viel schneller als damals, als ich das früher gespielt habe. Die ganzen Dinge einsammeln, ist echt praktisch. So, jetzt werde ich hier nochmal kurz rasten, damit wir alle schön frisch und munter sind. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen! So, die haben keine Namen, insofern können wir die einfach ignorieren. Ja, normalerweise haben wirklich nur die Bedeutung, die ja in den Namen haben. Oh, das hättest du nicht drin sollen. So gut wie erledigt! So, am besten gehen wir mal die ganze Mine durch und gehen dann immer links. Und so können wir sicherstellen, dass wir alles durchsuchen. Amon sollte nicht vorne sein, ist sehr verwundbar. Ihr habt meine Dolch? Vielen Dank! Ich wurde schon nervös, so unbewaffnet hier unten. Bei all dem, was hier los ist. Kobolde, sie überrennen uns hier Stück für Stück. Okay, Erfahrung gewonnen für den Dolch. Und Kali hat seinen Dolch wieder zurück und wirkt nun vielleicht weniger nervös. Okay, Kali ist Dolch abgeschlossen. Die anderen Quest werde ich später erledigen, aber jetzt erstmal diese Mine hier. Kriegshammer. Kriegshammer kann ich gebrauchen, falls die nicht schon irgendwo... Oh, hier. Können wir sammeln, die ganzen verseuchten Erzen. Okay. Ich kann übrigens hier alles wegschalten. Da haben wir sehr viel Immersion. Ich meine, du siehst mich immer noch hier, aber dafür ist der Rest kurz weg. Ups. Für die Gefallenen! Schön für euch, wenn ihr es schafft, uns zu retten. Da haben wir schon Soldat. Okay. Bergarbeiter. Hier ist nichts los. Was gibt es hier? Auch ein Bergarbeiter. Vielleicht sollte ich wieder die Gruppe aufteilen, um schneller alles zu erkunden. Aber dann finde ich bestimmt ganz viele Kobolde, die mich fertig machen. Ja. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Oh! Hebe mir auf die Augen! Hebe mir auf die Augen! Ach! Oh! Oh! Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So! Wo geht's jetzt lang? So! Haben wir doch schon wieder einen weiteren Teil erkundet hier? Ja. Das ist doch gut hier. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Was gibt es hier? Ein Waffenweiler. Das ist nicht so wertvoll wie alles. Oh! Einen Leichnam. Ein toter Mann. Und noch mehr Kobolde. Ah! Das ist nicht so wertvoll wie alles. Das tat weh. So jetzt können wir nur hoffen, dass Minzg ist aber auch recht cool. Minzg macht's alle fertig. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Oh! Es durfte nie so schwer sein. Minzg wurde getötet und ich habe keine Möglichkeit Tote wieder zum Leben erwecken. Zu erwecken? Und das haben wir... Okay. Minzg kann jetzt auch wieder die Armbrust benutzen. Dann braucht er nicht... Aber selbstverständlich! ...brauch er nicht so sehr ins Getümmel. Aber ich kann... Ja? Na, er kann... Das dürfte nie so schwer sein. Übergehen. Lieb mir auf die Augen! Ach! Ja, ich habe zuerst den ganzen Schaden machen! mich ziehe, desto besser. Automatische Pausen, Ziel verschwunden, werde ich mal... Charakterfilz, Charakter tot, Ziel vernichtet, okay, das werde ich mal wegmachen, sonst haben wir zu viele automatische Pausen. So, niemand ist diesmal gestorben. Ja, das ist ja alles nicht so spektakulär. Noch mehr Tote, nicht gut. Ah, noch mehr Kobolde. Frag mich, was das ist. Flash mit geheimnisvoller Flüssigkeit. Okay, das ist ein Hinweis. Boah, ich hab... die haben mir wehgetan. So, und ich wette, da geht's jetzt zum nächsten... nächsten... ja, okay, aber bevor wir da hingehen, können wir kurz nochmal erkunden, was es hier gibt. Und dann können wir vielleicht nochmal kurz rasten, weil wir schon recht viele Trefferpunkte verloren haben. Oh, wow. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Jetzt gibt's gleich Mäsch, Insel auf der Röwe. Oh, ja. Man kann's ja mal versuchen. Ah, gut, dass wir hier kurz hingegangen sind, sonst hätten wir die gar nicht gesehen. So, was gibt es hier? Hier scheint es nicht so viel zu geben. Daher kam ich. Ein amnischer Soldat. Ah, und hier ist gar nichts mehr. Okay, gut. Dann geht's jetzt weiter zur nächsten Ebene. Und bevor wir dann weitergehen, wird noch einmal gerastet. Das heißt, dass wir schön gesund und mutter sind und Rösewichter bekämpfen können. Oh, wir werden natürlich von Kobeln geweckt. Wir werden fast... Ah, jetzt wurden wir nicht geweckt. Es dürfte nie so schwer sein. In Englisch nennt man das Safe Scumming. Einfach neu laden und neu speichern. Oh, ein Ring. Josefs Grünstein Ring. Du bist ja ein komischer Kauz. Es dürfte nie so schwer sein. Es dürfte nie so schwer sein. Alle hören auf mich. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Kein Kobold, er kommt näher. Oh, man kann's ja machen. Oh, ho, 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 ho. So. Jetzt geben wir uns alle nur sieben Erfahrungspunkte für einen Kobold. und dafür, dass sie uns manchmal Schaden machen, ist das eigentlich recht schlecht. Heben wir auf die Augen, Bo! Du sagst es, du sagst es. Etwas Unnatürliches geht hier vor und sie möchte nicht daran teilhaben. Äh, ich möchte daran teilhaben. Aber du hast recht, es geht, es ist etwas Unnatürliches hier. Kobolle, die die Mine unsicher machen. Eins auf die vier Ordner, für einen guten Zweck. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt ist. So gut wie erledigt wird, und 안녕 wie es nicht dauert. So gut wie erledigt hat. So gut wie erledigt ist. Oh, äh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Sie schieben hier auf Jauke. Achke. Alles Gute ist, die attackieren automatisch die nächsten. Ah, Personen bezaubern. Sehr gut, jetzt kann ich Personen bezaubern. Personen, schauen wir mal, ah, hier. Menschen, Halbmenschen oder Humanoide, Wesen. Okay. Dann. Ah, hier geht es nicht mehr weiter. Hier ging es nicht mehr weiter, da ging es nicht mehr weiter. Für die Gefallenen. Für die Gefallenen. Ich hab genug davon. So gut wie erledigt. Für die Gefallenen. Wenn niemand besser geeignet ist. Es dürfte nie so schwer sein. Was wollt ihr? Wo geht es so gut wie erledigt? Ah, hier geht es noch hoch. Ich glaube, da, ja, da ist nichts. Nichts Großes. So, hier scheint die Einzige. So, ich hab das Spiel ja nicht, ich spiel das Spiel ja nicht zum ersten Mal. Und deswegen werde ich, aha, hier ganz vorsichtig gehen. Oh wow. So, die Fallen entschärft und jetzt kann ich hoffentlich, äh... Emon haben sie erwischt, aber nicht, nicht sehr doll. Sie lebt noch, geht es noch gut. So gut wie erledigt. Ich glaube, hier wird es ein bisschen schwerer. Weder noch mehr Kobolde. Also kommt jetzt doch schon ganz schön viele Pfeile. Also das ist, das ist die Sache. Dadurch, dass die alle hier Bogenschützen sind, die ganzen Kobolde, kommen die sehr, sehr, sehr viele Pfeile. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Oh, äh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen, äh, bei der Sache. So gut wie erledigt. Hier wird es, glaube ich, richtig schwer. Oh, was gibt es hier? Oh ja, hier gibt es einen Ghoul. Einen Ghoul, einen Ghoul. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Sterb, Ghoul. Oh. Der wäre einfach zu besiegen. Und ich habe immer noch... Höchste Schwierigkeitsstufe, ja. Ja, so gut wie erledigt. Und trotzdem... Ich glaube, ich habe meinen Charakter einfach... Äh, meine Spielfigur einfach zu sehr optimiert. Sodass... Aber ich bin auch, äh... Sind auch zu fünft. Oh, große Spinne. Zwei große Spinnen. Das... Das wird jetzt schwer. Ha! Ha! Und... Ich habe die Spinnen auch besiegt. Mach mehr Kobolde. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ich glaube, hier sind auch wieder ein paar Fallen. Oh, äh... Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Aua. Aua. Das war's. Und das böse, laue Trieger hier der Ecke. Man muss aufpassen, wo hier man dreht. Das... Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, wir müssen die schnell in Nahkampf verwickeln, weil sie... Weil sie echt schwere Munition haben. Ja, die haben nämlich Feuerpfeil plus zwei. Kann ich euch behilflich sein? Wenn niemand besser geeignet ist. Ja, Hera, du bist echt gut. Ja, Hera heilt mich. Ja, so gut wie erledigt. Das ist irgendwie richtig cool mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz. Fast so, als würden die selber handeln. Oh, ja. Mehr Fallen. So, ich habe jetzt diesen Bereich nicht wirklich erforscht. Gehen wir doch mal kurz hier nochmal hin. So gut wie erledigt. Vielleicht lauern da noch ein paar schwierige Monster. Die wir erledigen können. Haha. Ich bin übrigens recht interessiert daran, welche Vokabeln ihr so gelernt habt durch das Let's Play bis jetzt. Schreibt mir ruhig in den Kommentaren, was du so gelernt hast. Während des Let's Plays. Nee. So, hier ist Schloss. Dann ist hier auch Schlossbestand. Und dann geht es hier wahrscheinlich wieder zurück. Oh. Da sind wieder Fallen gewesen. So, im Moment mal lieber schauen, ob da... Ah, okay. So, und damit haben wir auch diese Ebene bereinigt von Kobolden und anderen Viechern, von Spinnen. Wir haben auch einen Ghoul besiegt. Richtig cool. So, jetzt geht es weiter. So gut wie erledigt. Noch mehr Kobolde. Oh, ich glaube hier ist ein schwieriger Kampf. Ja. So, du kannst jetzt auch mal einen Ferienkampf machen. Nein, ich bin nicht mit ganzem Herzen. Ah. Und versetzt. Oh, wie wär's mit... Wie wär's mit... Kein Ferienkampf. Ich bin nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. Wo geht's jetzt lang? Man kann's ja mal versuchen. So, hier... Man kann's ja mal versuchen. Scheint nicht viel zu sein. Ah. Doch. Das scheint noch ein Ghoul zu sein. Kann ich euch behelflich sein? Oh. Er hat keine Bolzen mehr. Deswegen macht er Nahkampf. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja. Das kann ich gut verstehen. Das ist eigentlich... Ist da noch ein Ghoul vielleicht da hinten? Äh, jetzt ist da alles erforscht. Gut. Dann gehen wir nochmal dorthin. Und hier werden wir resten. Und uns schön heilen. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Kobold. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Noch ein Kobold. Ok. Geh mir auf die Augen, Bo. Heben mir auf die Augen. AAsh. Aber selbstverständlich. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Puh, okay, hier dann, was gibt es hier, nichts, okay, dann gehen wir mal hier, ne? Xan, Radoxan. Ich danke euch, dass ihr mich gerettet habt, doch musste ich sogleich wieder davon. Ich wünsche euch alles Gute für euer Vorhaben, ob gleiches Vergebens ist. Okay, Xan, äh, dann nicht. Oh. Ich tue mein Bestes. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Wie seid ihr hier reingekommen? Mulahey sagt zu mir, ihr seid sicherlich von Tazok geschickt worden, um meine nichtswürdigen Kobolde... ...und meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Wusste ich's doch, dass man denen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, um mich zu töten. Bei Zirik, nicht ein Gramm Eisenerz verlässt diese Mine unbeschadet und ich soll dennoch hingerichtet werden? Dafür soll mein Kopf nicht rollen. Okay, ich versuche auf den Busch zu klopfen, wie man im Deutschen sagt, ich versuche so zu tun, als wäre ich wirklich von Tazok geschickt worden, damit der Typ mehr redet. Ich sage zu ihm, oh ja, Dummkopf, Tazok ist äußerst unzufrieden mit euch. Gebt eurem Fahrer zu, dann schenkt er euch vielleicht sein Leben. Tazok ist ungerecht. Ich habe nicht die Absicht, ihn oder euch zu hintergehen. Meine Briefe beweisen es. Sie befinden sich in der Truhe. Nehmt sie. Nehmt sie euch nur, dann wird Tazok mir Glauben schenken. So gut wie erledigt. Ihr Narren, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch nur einer Sache beraubt. Ergebene. Kommt herbei und tötet die Eindringlinge. Du hast doch gerade gesagt, ich soll dir zur Truhe gehen. Na. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Tötet ihn. Okay. Oh, Yahira. Okay, wie wäre es mit... Damit... Ihr geht jetzt alle mal hier hin. Du gehst in Position. Du gehst auch in Position. So. Ich habe genug davon. So. Jetzt können wir alle auf ihn eindreschen. Ah, wir haben ihn unterbrochen beim Zaubern. Das ist gut. Oh. Mein Fehldrache wird... Ne? Oh. Was wird... Warum kann ich ihn nicht auswählen? Ja. Ich habe Mulahel getötet. Mulahel sagt, ich ergebe mich euch. Wollte meine Unterwerfung annehmen. Geschieht euch recht. Erzählt uns, was sich hier zugetragen hat. Dann schenken wir euch vielleicht das Leben. Ich danke euch für eure Gnade. Dort in der Truhe sind alle meine Briefe. Nehmt sie und lasst mich in Frieden. Ich werde euch nicht mehr in die Quere kommen. Okay, jetzt haben wir ihn trotzdem getötet. Ich glaube, mein Fehldrache ist demoralisiert. Oh. Aua. Nehmt sie. Nein. Okay. Noch ein Versuch. So. Tötet ihn. So. So. Moley. So. So. Tja, ich frag mich, ob er mich dann später nicht einfach doch angreifen wird, dieser Mollahey. Oh, das wird ein bisschen heikel für mich. So, jetzt können wir Mollahey angreifen. Äh, schon um die Beute zu bekommen. Oh. Äh, Minsk, Waffe unbrauchbar? Wo, was, was? Okay, Minsk, Waffe ist kaputt. Na gut. So, er kann jetzt, oh wow. So, sie kann das ja alles aufheben. Okay. Und ich kann den Rest aufheben. Okay, also. Nein, das kann er gar nicht tragen. Ah, Minsk. Minsk kann noch ein paar Sachen tragen. So. So, was haben wir denn da? Wir haben, heilige Symbol ist eine Darstellung des Gottes Zirk. Ja, das war ein ganz Böser. Denn Zirk ist ein böser Gott. Das ist das selbe Schild, den sie hat. Was gibt es noch? Ehrenring von Sune. Plus ein Zauber. Grad 1 bis 4. Für Kleriker. Das werde ich mir unter den Nagel reißen. Ein weiterer Zauber. So, und sobald ich Zauber des zweiten Grades wirken kann, wird dieser Ring mir auch vom zweiten Grad eins geben. Bei dritten und bei vierten auch. Das ist richtig cool. Tados Geschenk. Elektrizitätswiderschand. 50%. Na, das nehme ich mir auch. Und was gibt es nachher? Es gibt Briefe. Der Tod von Malahe wird die Ängste der erschreckten Bevölkerung von Nashville bestimmt mildern. Doch euch ist es immer noch nicht wohl. Der Halborg ist zwar vielleicht wirklich für die Probleme in der Mine verantwortlich, doch der Eisenmangel ist zu weit verbreitet, um allein seine Schuld zu sein. Seine Briefe bestätigen euren Verdacht. Und obwohl sie kaum Hinweise auf das Versteck seiner Verbündeten enthalten, darf mit Sicherheit eine Verbindung zu den Räubern angenommen werden, die zurzeit die Küstenstraße unsicher machen. Das kann man annehmen, ja. Tranzik. Erronenschaft freigeschaltet. Victory is mine. Oh, der hat sehr, sehr gute Beute. So, das kann ich hier alles bekommen. So, Infravision kann ich auch lernen. Obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Ich bin ein Halb-Elf. Und als Halb-Elf habe ich automatisch Infravision. Das bedeutet, dass ich im Dämmerlicht so weit sehen kann wie am Tag. Das bedeutet Infravision. Ah, hier. Mein Diener Mollahey. Das mineralische Gift und die Kobolde. Also, der Punkt ist, Tadzok ist sein Auftraggeber. Und der zweite Brief. Ja, auch wieder ein... Das ist eventuell wichtig, aber unser Tagebuch hat das, glaube ich, zusammengefasst. Ich sollte nach Berogost reisen und Feldepost-Würzhaus einen Besuch abstatten. Ein Mann namens Tranzik befindet sich dort und er hat wohl interessante Informationen für mich. Nachdem ich in die Tiefen der Mine von Neschkel gestiegen bin, sollte ich nun zu Berung-Gast-Kill zurückkehren und ihn über die Lage informieren. Außerdem sollte ich nach Berogost reisen und Feldepost-Würzhaus einen Besuch abstatten. Ein Mann namens Tranzik befindet sich dort. Blablablabla. Okay. Außerdem sollten wir die anderen Quests auch erledigen. Geht's jetzt lang? Apo selbstverständlich! Schlaf. Okay. Netz. Und identifizieren. Damit habe ich schon ganz schön viele Zauber gelernt. Die meisten brauche ich zwar gar nicht, aber ich mag es, alles vollständig zu haben. Alle Zauber. Wenn ich alle Zauber hätte, das wäre super. Dann werde ich mir hier noch... Mondklinke, Plus 3. Rüstungskreise Bonus, Minus 1. Feuerwiderstand, 50%. 50. Dolch. Kann nur verwendet werden von Xan. Und Xan ist aber... Xan ist aber weggegangen. Was soll ich nun mit seiner Mondklinge? Das ist ja seltsam. Oh gut, dann nehme ich halt die Mondklinge mit mir. Ah, und hier haben wir einen... einen Kurzschwert, Plus 1. Das kann sie benutzen. Gut, dass ich keins gekauft habe. Ja, der ETW 0 ist aus irgendeinem Grund schlechter. Aber dafür macht er einen Schaden mehr. Ach so. Nein, das war im Vergleich mit dem Bogen. Der Bogen ist besser. Aber wenn ich jetzt nur... Wenn ich nur Kurzschwerte vergleiche, dann ist ihr Kurzschwert besser. Gut, ich hoffe... Also jetzt hat er schon eine gute Waffe. Seine Waffe ist kaputt gegangen. Sie hat auch keine gute Nahkampfwaffe. Ha, er braucht Bolzen. Ich kann jetzt gar nicht angreifen. Das ist ja schön. Was hat er denn noch für Fertigkeiten? Zweihänder, Streitkolben, Langbogen. Na ja, na ja. Wir werden hier noch einfach alles mitnehmen, was wir können. Karel jetzt mal wieder für den Nettke langsam. Ja? So gut wie erledigt. Und wo ist es jetzt? Für die Gruppe. Es dürfte nie so schwer sein. So. Jetzt sind wir endlich fertig mit dieser Mission. Und ich glaube, ich werde auch bald zur Genollfestung gehen, weil Minsk dorthin möchte. Minsk möchte... ...möchte seine... ...diese eine Zauberin dort befreien. Wow. Ich liebe dieses Geräusch. Und ich bin es. Wow. Ich kann aufsteigen. Die Nacht ist still und lau. Doch ein Frösteln holt euch unsanft aus dem Schlaf. Euch ist, als sei jemand über euer Grab gelaufen. Und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr es selbst gewesen seid. Hm. Bei diesem Gedanken öffnet sich der Boden unter euch und ihr werdet in die Tiefe gezogen. Als wieder Licht an eure Augen dringt, verschafft euch das keine Beruhigung. Ihr steht vor den leeren Minen von Neshkel, die ihr bei eurem letzten Besuch von allen Übeln befreit habt. Ihr könnt widerstandslos durch Wände und Decken schreiten und steigt immer weiter in die Tiefe hinab. Plötzlich seht ihr eine aufgedunsene Gestalt. Vor euch steht Malahe. Er bewegt sich nicht und sieht noch genauso aus, wie ihr ihn zugerichtet habt. Welches grausame Schicksal auch immer jene übliche Gestalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr wisst, dass sie nur auf euch gewartet hat. Ihr seht einen Dolch aus Knochen in der Luft schweben, der nur darauf wartet, dass eine entschlossene Hand ihn ergreift und zusticht. Hätte die Kreatur den Atem, um zu sprechen, würde sie gewiss Flüche ausstoßen. Sie wartet auf den Todesstoß, auf einen Tod über den Tod hinaus und kennt keine Hoffnung. Als ihr der Klinge den Rücken zudreht, fällt sie scheppernd zu Boden. Im Reich der Toten wird dieser Kreatur die verdiente Strafe zuteil werden und ihr verspürt kein Bedürfnis, selbst über sie zu richten. Überrascht und dankbar hinkt Malahes Geist nach vorne und durch euch hindurch. Er lässt jedoch etwas von sich zurück, vielleicht um es euch zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ein Hoffnungsschimmer, der eine Leere in euch erfüllt. Bislang wusstet ihr nichts von dieser Leere, die in Form eines Dolches in euch vorhanden war. Aus der Tiefe ertönt ein Schrei des Zorns. Der Dolch aus Knochen macht sich selbstständig und schwirrt durch die Luft direkt auf euer Herz zu. Gerade als er zustechen will, erwacht ihr von dem kalten Schweiß, der von eurer Stirn in eure Augen fließt. Euch klingt noch die tadelnde Stimme im Ohr, die eigentlich mit dem Traum hätte verschwinden müssen. Es wird dir eine Leere sein. Oh, Kobolde wieder. Ich dachte, wir hätten alle getötet. Wenn ich jetzt von diesen Kobolden getötet werde, wäre ich... Wo geht's jetzt lang? Ihr braucht meine Hilfe? Jetzt gibt's gleich Mächtchen auf der Rebe. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wenn niemand besser geeignet ist. Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll. Okay? Okay. So, das kann ich sehen. Okay. So, das kann ich sehen. Das können wir noch hier behalten. So, jetzt können alle... Ups. So. Ich bin jetzt Kleriker. Stufe 2. Stufe erhöhen. Ergebnis aus einem zusätzlichen Priesterzauber des ersten Grades und drei zusätzliche Trefferpunkte. Okay. 34. Zauberkeule. Zauberkeule. Vier Runden. Keule. Zwei. Treffer. Das sind alles gar nicht so... so gut Schutz vor Bösem. Ist doch... Um mal ein bisschen Abwechslung zu haben und nicht nur die ganzen Zauber... Zauber... Nachheilungszauber zu haben. Wo sind wir jetzt? Hier. Okay. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Das ist der Plan. Ich tue mein Bestes. Zerkühlt wie erledigt. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ein paar Hunde sind ja nichts. Ich teile zwar meine Gruppe aus, aber ich möchte mal schauen... Was es hier so gibt mit dieser Karte. Hier lang! Man kann es ja mal versuchen. Wie ihr wünscht. Wenn niemand besser geeignet ist. Okay, Lund. Okay. Hier lang! Lammala. Hier da! Heißt ihr Rothbard der Zweite? Los, antwortet gefälligst. Und keine Lügen. Da hängt nämlich euer Leben davon ab. Seid nicht so grießgrämig, Mädchen. Ich werde euch meinen Namen nicht ver... Doch. Ja, ich heiße Rothbard der Zweite. Wieso? Das ist gut. Meine Kameraden und ich verfolgen euch schon viele Tage, denn ich soll euch eine Nachricht überbringen. Ihr und eure Freunde, ihr müsst sterben. Eure Einmischung in die Angelegenheit des Eisenthrons hat zwar zu einigen kleinen Zwischenfällen geführt, aber ihr könnt in dem Wissen sterben, dass eure Versuche größtenteils erfolgt aus waren. Okay, äh, ja, das... Es dürfte nie so schwer sein. Das Problem war, dass ich gerade meine Gruppe geteilt habe, aber wir werden uns sammeln. Jetzt gibt's gleich Mächtstehens auf der Rübe. Oh, nein. Also, erstmal werden wir uns hier sammeln. Und dann besiegen wir erstmal diesen Urgerillern, den ich vorhin entdeckt habe. Oh, der Genoll. Dann werde ich mal schauen, wie gut ich gegen Genolls bin. Denn, äh, hinterher wollen wir eine Genollfestung. Oh. Oh. Okay. Es dürfte nie so schwer sein. Du bist ja ein Tier lang. Es dürfte nie so schwer sein. Ich habe genug davon. Ja, es dürfte nie so schwer sein. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Ist hier irgendwas? Irgendwo selbstverständlich. Gut, dass sie da hingegangen ist. Ich versuche ein bisschen Zeit zu sparen. Nacullus Harwilliger Nähen. Kommt schnell! Ihr kommt gerade rechtzeitig zu meinem Experiment. Welche Art von Experiment versucht ihr da? Ich glaube, ich habe einen Zauber entwickelt, mit dem man ultimative Kontrolle über Galerte gestalten hat. Faszinierend. Ihr müsst diesen Zauber für mich aufschreiben, damit wir ihn bei unseren Abendpfeiern benutzen können. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet. Und ihr wollt die Früchte in wenigen Sekunden ernten? Ihr trachtet nicht nur nach ihnen. Nein, ihr wartet sie auch noch. Der Zauber gehört mir. Und ihr werdet ihn mir nicht nehmen. Kommt, Galerte. Lass uns den Wald, unseren Stempel, aufdrücken. Okay. Wir scheinen sehr schwierige... Ups. Nein. Er moan. Oh, shoot. Ich habe genug davon. Aber selbstverständlich. Werde ernst. Weh, du... Ich glaube, ich habe mich als schlimmer erwischt, als ich dachte. Der Typ ist echt schwierig zu besiegen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Geben mir auf die Augen. Warte. Okay, das ist gut, dass er aufgestiegen ist. Aber, ähm... Jetzt müssen wir erst mal mit diesen Dingern hier fertig werden. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Aber selbstverständlich. So, äh... Sie heilt mich. Ich heile mich. Nicht schnell genug. Okay. Dann... Ich habe genug davon. ...wenden wir folgendes probieren. Erstmal kommt sie hier zurück. Siehst du, das... Das passiert, wenn man die... Die Gruppe aufteilt. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ja, das, äh... Habe ich vor. Ups. Ich habe genug davon. Hier, hau. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich glaube, mich als schlimmer erwischt, als ich dachte. Oh, ja. Dann bleibt sie da und wir versuchen, das ohne sie zu schaffen. Ah, das ist schon mal gut. Ich glaube, mich als schlimmer erwischt, als ich dachte. Tötet ihn. Oh, ich bin vergiftet. Ah, ich werde wahrscheinlich bald sterben. Ja. Ich habe genug davon. So, ich bin jetzt unsichtbar. Also nicht unsichtbar, aber ich verstecke mich in den Schatten. Und sobald sie wieder da ist, kann ich, äh, speichern. Und, äh... Es dürfte nie so schwer sein. Dann haben wir hoffentlich mehr Erfolg. Eins auf die vier Ordner. Für einen guten Zweck. Das Gute ist, ähm, also Zauberer, äh, brauchen bestimmte Zeit, um zu zaubern. Und wenn sie getroffen werden, dann, äh, unterbrechen wir damit auch ihre Konzentration. Und, äh, das haben wir gerade geschafft hier. Wir haben seine Konzentration unterbrochen. Und, äh, das ist natürlich gut. Ah. Das ist nicht so gut. Wir haben ihn nicht. Es ist sehr wichtig, ihn schnell zu töten. Zauberer können viel Schaden aus. Ja. So, dann sollte ich mich vielleicht heilen. Sie können mir helfen. Kann ich euch behilflich sein? Okay. Es dürfte nie so schwer sein. Wer will ich mich voll bewaffnet und kampfbereit? So. Wir nutzen die beiden nicht. Wir machen nur, äh, Fernkampf. Damit wir nicht gesehen werden von seinen Schleimdingern. Ah. Ha, ha, ha. Äh, ha. Äh, ha. Wir sind ziemlich gut im Fernkampf. Ah, so, Kalid ist, äh, das können wir aber gleich machen. Ja, und zwar kannst du... Oh, Kämpfer, Stufe 3. Also zusätzliche Waffenfertigkeiten 1. Rettungswürfe gegen Tod reduziert, also hat er jetzt bessere Rettungswürfe. ETW 0 reduziert, zusätzliche Trefferpunkte, Sagenkunde erhöht, so. Seine beste Waffe ist bis jetzt Langschwert, da machen wir das noch ein bisschen besser. Dann ist er ja wirklich, Langschwert, äh, ist er denn richtig gut im Langschwert? Langschwert, das ist auch ein Langschwert, ja, also dann ist er mit dieser Waffe ziemlich gut, wenn er mal nicht, äh, Fernkampf macht. So, ähm... So, die werden wir mal angreifen mit Nahkampf, weil das eventuell effektiver ist. Ich glaube, mich hat es schlimmer erwischt, als ich dachte. Ja, ich bin tot, ne? Wenn niemand besser geeignet ist. Ähm, ne. Also. Kann ich euch bei der Dienerin stets zu euren Diensten? So, und... Dürfte nie so schwer sein. Auch sie! Ich verliere an Kraft. Ich brauche... Ich tue mein Bestes. Also. Ich... Bache das. Ich glaube... Kann ich euch behilflich sein? Eure Dienerin stets zu euren Diensten. So. Schnell speichern. Rappos selbstverständlich! Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Ich hoffe, das hilft. Ich meine, er ist jetzt vergiftet, aber was kann ich tun? Eventuell habe ich ein Gegengift, aber ich werde mal schauen, ob ich... Ob ich das Gegengift unbedingt brauche. Ich glaube, mich hat es schlimmer erwischt, als ich dachte. Ne, ich werde mal laden. Wenn die vergiftet werden, dann ist das schon ziemlich schlecht. Okay, das ist... Genau, das ist das Wichtige jetzt. Okay. Schaden von Khalid. Okay, Khalid. Minsk, Waffe unwirksam. Okay, Minsk. Ja, hier Waffe unwirksam. Zu gut wie erledigt. Sie hat eventuell eine Waffe, die Wirkung hat. Okay, Grünschleim. Von Khalid. Okay, Khalid. Scheint, okay, Feendrache. Und ich... Rappos selbstverständlich! Macht ihr Mohnenschaden. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Ja, hier war Minsk. Ja. Also, das Problem ist... Sie kann Schaden machen. Er kann Schaden machen. Aber... Die... Normale Waffen sind nicht gut genug. Ah, ich habe hier... Wer hatte die Schleuder plus 1? Ich gebe den mal mir selbst. So. Schleuder plus 1 könnte eventuell auch Schaden machen. Also, sie. Eure Diener so gut wie erledigt. Ähm... Diese Waffe und eventuell diese Waffe. Und für sie so gut wie erledigt. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Mohnen... Ich habe genug davon. ...soll... ...mal Nahkampf machen. Okay. Sie machen zumindest Schaden. Mohnen ist nicht so gut im Treffen. Kritisch. Ah. Und ja, hier ist auch noch... ...aufgestiegen. Das geht ja schnell hier mit dem... ...Level up. Ah ja, Mohnen... ...Mohnens Waffe ist auch nicht... ...au nicht gut genug, ja. Sie hat... ...Kurzschwert plus 1. Aber selbst der... ...Kurzschwert plus 1... ...ähm... ...ist nicht gut genug. Ähm... ...Grünstein ist immun. Gegen diese Art von Schaden. Toll. Ja, meine Waffe ist auch unwirksam. Obwohl ich... ...scheinst du das wirklich nur... ...aber selbstverständlich. Gut, dass ich diese Waffe habe. Was Kona plus 2, denn... ...alle anderen Waffen sind unwirksam. Oh. Der Mohnen... ...ist auch aufgestiegen. Wow. 99 Erfahrung und... ...und ich... ...ich werde auch... ...aufsteigen. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Aber selbstverständlich. Blitzstrahl. So. Ähm... ...Blitzstrahl. Ähm... ...aber das hier... ...ist uns kaufen... ...Gewüstungsklasse Bonus... ...gegen Klingenwaffen... ...und gegen Tod. Damit bin ich nicht mehr... ...ähm... ...ganz gut geschützt. Aber das ist ein... ...etwas, was ich tragen kann... ...wenn ich zaubern möchte. Und so werde ich mit... ...das hier mal... ...hier... ...am Gepäck behalten. Cool. Oder verkaufen. Das ist... ...Schurken... ...Schurkenrobe. Ähm... ...bestimmt auch... ...äh... ...gut zum Verkaufen. Es dürfte nie so schwer sein. So. Erstmal werde ich... ...erasten. Und jetzt sind wir alle... ...genesen. Und dann... ...sie jetzt... ...Kämpfer... ...und Ruide... ...Stufe 3. Okay. Zusätzliche Waffenfertigkeiten... ...eins... ...ETW 0 reduziert. Das heißt, sie kann... ...einfach treffen. Sie hat jetzt... ...Priesterzauber des 2. Grades... ...kann sie wirken. Und 12 weitere... ...Trefferpunkte. Hm... Hier ist die Frage... ...was soll ich... ...ich kann sie besser machen... ...mit der Schleuder. Aber ich kann sie auch besser machen... ...mit der Keule. Das Problem ist... ...es gibt nicht so viele... ...gute... ...Keulen. Mir fällt jetzt zum Beispiel... ...keine... ...Keule ein... ...die jetzt besonders... ...sich besonders gut eignet. Aber was ich machen kann... ...es Kampfspiel... ...Kampfspiel mit Waffe und Schild. ...beübt... ...beübt... ...der Charakter erhält... ...ein Passungsgröße-Bonus... ...von Minus 2... ...gegen Geschosswaffen. Okay, einfach... ...weil ich nicht weiß... ...wo ich den... ...wie ich den Fertigkeitspunkt sonst... ...ausgeben soll... ...gebe ich ihn einfach raus... ...ein Kampfstil mit Waffe und Schild... ...weil sie eine Waffe und ein Schild hat. ...Emmone... ...Deep... ...Stufe 3... ...Stufe erhöhen... ...und... ...ah... ...Fallen stellen... ...kann ich auf 50 erhöhen... ...habe 50-50 Chance... ...Fallen zu stellen... ...und... ...Kurzschwert kann ich leider nicht erhöhen... ...Kurzbogen auch nicht... ...Zwei-Händer-Kampfstil... ...das 1 auf Schaden... ...und das Zweig-Initiative... ...und versucht bei einem gewürfelten... ...1920... ...Stufe 9... ...Kritisch Treffer... ...okay... ...wenn ich 2-Händer-Kampfstil... ...verbesser... ...dann... ...ist sie... ...besser mit dem Kurzbogen... ...Beitige... ...Nahkampfwaffen... ...ah... ...Nahkampfwaffen... ...Kampf mit Waffe und Schild... ...das... ...Einhänder-Kampfstil... ...der Kampfstil ist für Charaktere gedacht... ...die... ...nur mit einer einhändigen... ...Nahkampfwaffe... ...Waffe ohne Schild kämpfen wollen... ...erhält eine Rüstungsklasse... ...Bonus minus 1... ...für so sagt... ...bei einem Treffer... ...von 19 oder 20... ...ein kritischen Treffer... ...okay... ...Einhänder-Kampfstil... ...ähm... ...Machen wir das mal... ...und dann... ...ist sie gleich besser... ...ja hier... ...3... ...Rüstungsklasse von 3... ...aber wenn sie... ...im Nahkampf ist... ...hat sie eine Rüstungsklasse von 1... ...weil sie sehr geübt ist... ...mit... ...mit nur einer Waffe... ...und ohne ein Schild zu kämpfen... ...was sehr gut... ...wie sie als Diebin... ...aber ich lasse sie mal mit... ...mit einer Fernkampfwaffe... ...und alle hier... ...für einen Kampf... ...machen... ...und Minsk... ...müssen wir ein neues... ...Zweihänderschwert kaufen... ...so... ...Goraius selbstverständlich... ...hoffe ich doch... ...er wird euch zurecht stutzen... ...für die Gefallen an... ...nehm... 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 ...was ist hier? ...so schwer sein... ...oh... ...meine Klinge... ...wird euch zurecht stutzen... ...die sind... ...ehm... 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 ...kann er nochmal probieren... ...so gut wie erledigt... ...wir sind echt schwere Monster... ...auf diesem Dieb... ...das ist echt... ...schwer... ...kann hier später... ...ok... ...ich kann hier später... ...auch nochmal zurückkommen... ...ähm... ...ich weiß, dass hier oben... ...noch ein paar... ...bösewichte sind... ...ääh... ...und hier waren ein paar... Ja, es dürfte nie so schwer sein. Aber selbstverständlich! Mal schauen, was hier ist. Okay. Minsk und Bo, allzeit bereit. So, und hier oben waren die Leute, die mich tot sehen wollten. Vielleicht war das eine zufällige Begegnung, die nicht immer passiert. Mal diese Kopfgeldjäger. Okay, anscheinend sind die Leute jetzt weg, die mich vor einer Nacht bedroht haben hier. Aha, doch, hier sind sie. Ähm, ich heiße Rospat, der zweite, wieso? So, und jetzt kämpfen sie gegen mich. Okay, äh, die scheinen echt, äh, gut zu sein. Okay. Okay. Zauberer zuerst. Wow. Okay. So gut wie erledigt. Was ist, äh, wenn ich die hier zuerst angreife, oder? Machen wir mal so. Machen wir. Machen wir. Erstmal fernkampfen. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache nicht. Die können echt schnell töten. Ich durfte nicht so schwer sein. Doch. Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können. Okay, sie hat Angst Auch wenn ich Infravision besitze, ziehe ich das Tageslicht vor Haha, Infravision heißt das auf Deutsch, nicht Infravision Wenn niemand besser geeignet ist Wenn niemand besser geeignet ist Ja, dürfte nicht so schwer sein Und was jetzt? Du bist ja ein komischer Code So gut wie erledigt Für die Gefallenen! Okay, wir müssen uns eine gute Strategie auswählen So, Fernkampf Du gehst da hin Du da hin Dir geben wir vielleicht eine Fernkampfwaffe Ich hätte mir Bolzen kaufen wollen Eins auf die vier Ordner Für eine gute Zwecke So gut wie erledigt So, mein Drache Kann die Fernkämpferin angreifen, damit sie nicht mehr Fernkampf machen können Ich glaube mich als schlimmer erwischt als ich dachte Oh wow Schnell Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Sonst ist mein Habs der Ball Okay Okay Wie wäre es Denn ich verschwinde jetzt Wenn sie hier Erfolgreich So, sie hat eine Falle gestellt Ähm Wir greifen jetzt sie an Oder ne, wir greifen sie an Meine Klinge wird euch zurecht stutzen Meine Klinge wird euch zurecht stutzen So, wir greifen jetzt immer die Zauberern So dass sie keine Chance haben Zauber zu werden Für die Gefallenen! Meine Klinge wird euch zurecht stutzen So Meine Klinge wird euch zurecht stutzen Ich verliere an Kraft Ich brauche dringend die Hilfe an die Zauberführer Also Nochmal Es dürfte nie so schwer sein Ähm Die greift Ja Die greifen Sie an Wollziehen Tschüss Kein Wollziehen Is Es dürfte nie so schwer sein. Ja? Hieb mir auf die Augen, Bo! Hieb mir auf die Augen! Aaaaaaah! Meine Klinge wird euch zurecht stutzen! Okay, wir lassen sie in die Falle laufen, sobald es geht. So gut wie erledigt! Und für's jetzt? So gut wie erledigt! Hm. So. Hieb mir auf die Augen! Oh äh, ich bin wirklich nicht mit dem ganzen Herzen äh, bei der Sache. So. Man kann's ja mal versuchen. Ja, wo selbstverständlich! Wollen wir mal fliehen? Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst werde ich sterben. Ich bin so kalt! 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 Und für's jetzt? Ich bin so kalt! ThjarATION Man kann's ja nichts davon sein! Ich bin my fittest! Ich bin so kalt, wie in der bathtub im zu bothered machen! Ich bin so kalt! Oho! Das war es so, was ich noch. Aber es wird valoriert! So, mal schauen, was es da entgeblieben ist. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Apo selbstverständlich. So, ähm. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hm. Es dürfte nie so schwer sein. Apo selbstverständlich. Warum kam er nicht in meine Tasche? Apo selbstverständlich. So gut wie erledigt. Apo selbstverständlich. Apo selbstverständlich. Ich hab genug davon. Hm. Apo selbstverständlich. Nicht gut. Es dürfte nie so schwer sein. Ich hab genug davon. 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 Jeb die Bühne. Ich hab genug davon. Das nenne ich Safe Scubbing. So, ich muss doch mal, was daneben kann gegen diese Verdammtschwerden. So gut wie erledigt, wenn niemand besser geeignet ist, für die Gruppe, für einen guten Zweck. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So gut wie erledigt. Dürfte nie so schwer sein. Für die Gefallenen. Ich bin wirklich nicht ganz... Das sch... also. Ich bin voll gebuffnet. Dürfte nie so schwer sein. Denn ich verschwinde jetzt. Apo selbstverständlich. Minsk ist ein Mensch und deswegen kann er nicht so weit sehen. Für die Gefallenen. Hm. Dürfte nie so schwer sein. Ich glaube mich als Schlimmer erwischt als Schlimmer. Ja. Ich hab genug davon. Apo selbstverständlich. Ja hier. Gott. Hm. Was ist wenn ich diesen Ring ne? Ja hier vergebe. Dann hab ich zwar einen Zauber weniger. Aber hier hat... Hier hat... Segen. Sie können Segen spielen. Und dann vielleicht... Jena Kälte. Gute Beeren. Heilt ein Treffepunkt. Okay. Das ist gut. Personese Rindenherd. Okay. Vier Runden. Gesang. Okay. Für die Gruppe. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Ich glaube mich als Schlimmer erwischt als... Aber selbstverständlich. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Okay. Ich tue mein Bestes. Es dürfte nie so schwer sein. Okay. Dann machen wir das mal so. Erstmal wird geschlafen. So gut wie erledigt. Okay. Die sind immer noch da. Also... Machen wir folgendes. Ich zauber Schutz vor Bösen. Auf mich selbst. Sie zaubert Windenhaut. Auf mich. Sie zaubert. Sie zaubert. Gesang. Und dann zaubert sie Segen. Auf mich. So. Und damals sind wir alle richtig gut gebufft. Und dann kann ich auch besser kämpfen. Für die Gefallene. Ich glaube mich als Schlimmer erwischt als ich dachte. Meine Güte. So gut wie erledigt. Für die Gefallene. Oh wow. Und sie kann eine Falle erlegen. Ich glaube mich als Schlimmer erwischt als ich dachte. Ich glaube mich als Schlimmer erwischt als ich dachte. Oh wow. Denn ich verschwinde jetzt. Apos selbstverständlich. Haha. Die sind wieder aufgestiegen. Aufgestiegen. Hier lang. Wenn niemand besser geeignet ist. Das ist das Problem. Sobald eine dieser Zauber erfolgreich sind. Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten, aber die Leute sind trotzdem... Ja, das Problem ist, dass wir hier auch einen Angeg haben wirklich... Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Okay. 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 So, dann werden wir einfach mal hier erhöhen auf Stufe 3 und dann haben wir auch automatisch einen besseren Kämpfer. So, und wir wollten ihm Armbrust beibringen. Mal schauen. Langebogen. Oh, naja. Kamst du mit zwei Waffen? Mit zwei Waffen? Okay. Wer hat sich diese Fertigkeiten ausgedacht? Ah, okay. Armbrust. Und zwei Hände, das ist gut. Armbrust. Zwei Hände können wir erstmal gar nicht verbessern, aber wir machen mal Armbrust. Zwei Hinterkampfspiel plus 1 auf Schaden minus Schaden. Nein. Ich werde mal statt Armbrust kommt später. Erstmal Zweihänderkampfspiel verbessern. Das ist mein Zweihändertyp. Zweihänderkampfspiel hat er besseren kritischen Treffer und bessere Initiative und alle. So. Und er hat jetzt noch mehr. Bessere. Es dürfte nie so schwer aus allen. So. Jetzt geht's gleich mächtig. Ehen Sie auf der Rübe. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Ups. Er trägt zu viel. Nicht gut. Ups. Dürfte nie so schwer sein. Er kann das hier. Hier geben. So. Er muss selbstverständlich. Er kann. So. Ja. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. So. Er muss selbstverständlich. Dann können wir hier, nachdem wir sie besiegt haben, vielleicht kurz Pause machen. Okay. Kämpferstufe 2. Stufe erhöhen. So sind jetzt hier Strefferpunkte. Etw 0. Reduziert. Na das ist doch schön. So. 38. Ähm. Ich glaube ich, dass ich drei Klassen habe, bekomme ich jedes Mal nicht so viele Trefferpunkte, aber immerhin. So. Und jetzt noch 470 Erfahrungspunkte und mein Magier, äh, Magierklasse ist auch Stufe, eine Stufe höher. So gut wie erledigt. Aber ich habe einen besseren ETW 0. Das ist gut. Damit kann ich, äh, besser treffen. Zum Beispiel sie. Ich werde festgehalten. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Kann ich euch behilflich sein? Schnell. Ich brauche Hilfe. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend Hilfe. Okay. Damit, äh, können wir erstmal rasten. Oder was ich machen kann, ist, ich kann versuchen, ähm, mir ein paar Gegenstände zu angeln. Ähm, lege ich einfach mal die ganzen Sachen her. Darunter sehr viel Gutes. Beschützer des Zweiten. Rüstungskasse Malus. Du hast aufgeschossen. Der Schattennebel war die, eine Elite-Truppe. So. Die Rüstung wurde von, die Rüstung ist nach ihm genannt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie es dazu kam, bis die Rüstung von ihren Trägern getrennt wurde. Also ich bekomme hier einen Malus auf Geschosswaffen. Ähm, Geschosswaffen. Das ist bestimmt, äh, sogar... Na, ein bisschen besser. Malus auf Geschosswaffen und Stichwaffen. Na ja. Die werde ich lieber verkaufen, denn ein Malus auf die... Ähm, Imoen bekommt eine viel bessere Rüstung stattdessen. Und... Das ist sicher... Minsk. Und... Was gibt es noch? Ah, hier. Chromsäbel. Plus eins. Chromsäbel. Wagizashi. Ninjato. Okay. Eine Waffe. Plus eins. Hat jemand hier? Chromsäbel. Ähm... Fertigkeiten. Kriegshammer. Schleuder. Ne. Langschwert. Ähm... Kampfstab. Schleuder. Keule. Hm. Ähm... Hm. Kohlschwert. Jetzt kurz proben. Okay. Dann... Wird das wahrscheinlich auch verkauft. Dafür gibt es nämlich immer viel Geld, ne? Ah, und das können Sie hier noch haben. Ein paar Tränke. Die werden auch verkauft. Geld, 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 Geld. Das ist, was zählt. Das ist, was zählt. So. So. Wir dürfen nie so schwer sein. Jetzt gibt's gleich Mächtchen, so auf der Rübe. Ha. Ho. Du bist ja krug, ich hab genug davon. Noch mal eine Falle. Erfolgreich. Gut. Dann kann sie mir Rindenhaut geben. Ich geb mir selber Schutz vor Bösen. Er kann noch gar nichts saubern. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Dann, wie lange sind ihre Zauber? Also sie hat einmal Sägen, das dauert sechs Runden. Und sie hat Gesang, das dauert eine Phase. Eine Phase sind zehn Runden. Also kann sie erst Gesang machen und dann sägen. Und dann lauern wir den auf. So viele Buffs und trotzdem... Ha. Nimm das. Alles verletzt. Es dürfte nie so schwer sein. Nochmal halt versuchen. Ich glaube, mich als schlimmer erwischt, als ich dachte. Ich tue mein Bestes. Ich verliere an Kraft. Ich brauche Trink. Man kann es ja mal versuchen. Die sind einfach zu stark. Aber vielleicht kann ich sie rauslaufen. Kommt nicht. Kommt, 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 zu mir. Okay. Liefel der Abwehr Nummer eins. Okay, Liefel der Abwehr Nummer zwei. Okay, Rettungszauber. Rettungszauber. Bestanden. Ha. Das hat wohl nicht geklappt, ne? Ja, noch mal, noch mal. Mal schauen. Mal schauen. Oh, jetzt. Ich tue mein Bestes. Hieb mir auf die Augen, Bo. Hieb mir auf die Augen. Ha. Jetzt haben wir sie zumindest der Besicht. Ich bin voll bewaffnet. Wenn niemand besser geeignet ist. Ich bin bereit. Ha. Jetzt. Ich hoffe, niemand stirbt jetzt. Denn jetzt scheint es gut für mich zu laufen, endlich mal. Nein. Kein attackiert sie. Aua, 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 aua. Schau. Töte sie. Töte sie. Ja. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen! So gut wie erledigt! Das ist doch mal gut. Und alle sind geheilt. Gut, 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 gut. Ah, sie hat jetzt auch eine bessere Rüstung. Die kann ich nicht nehmen. Dann, was haben wir noch? Wir haben ein paar Pfeile. Das Gift können wir auch irgendwie verstauen. Zwei Tränke. Schlagener Lederwams, das ist eins. Oh, das ist für sie. Und dann brauchten wir einen Helm. Ha, Yaira hat jetzt wieder einen Helm. Und dann gab es Tränke für uns. Gut, die können wir auch hier verstauen. Und sie kann nicht so viel tragen. Muss jemand anders tragen. Und so viel kann ich auch nicht tragen. Und so viel kann ich auch nicht sagen. Na ja, dann lassen wir einfach mal ein paar Schwerter hier zurück. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Egge plus 1, ein Langschwert plus 1. Das ist doch mal richtig gut. Langschwert plus 1, Kotschwert, na ja, der braucht schon Kotschwerter. Das hatte jeder, jeder Kobold hatte einen Kotschwert zum Kurzbogen. Okay, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, das können wir, ach, das können wir alle hier lassen. Ja, dürfte nie so schwer sein. So, und damit haben wir es geschafft, zurück nach Nashville. Die Augen, boh. Kratze ihn in den Augen aus. So, ähm, das war... Aber selbstverständlich! Jetzt gehen wir mal schnell zu unserem Laden, damit wir uns all der Sachen entledigen können, die wir so gekauft, äh, die wir so gesammelt haben. Zum Rülps und den Drachen Garnison. Also wir sollten... Okay, vielleicht gehen wir mal so weit zurück, wie wir können. Erledigen einfach alle Quests. Achso, ich habe keinen Platz mehr in meinem Gepäck. Deswegen kann ich eh den nicht in mein Gepäck zurück verfrachten. So... Kleine Schild, Egel, Schützer des Zweiten, 1750, wow! Chromsäbel plus 1, das gibt echt Schotter. Und Mondklinge kann ich wohl nicht verkaufen. Egel. Wollte ich noch mal gucken, ähm, das ist schon ein Langschwert. Ja, Langschwert, da brauchen wir nicht. Ich kann Egel auch verkaufen. Jetzt habe ich schon 7000 Gold, also das ist, äh, das ist sogar viel mehr, als ich, äh, brauche fast. Ähm, beschlagene Lederwarms, Schurkenrohbe, hm, ja, Schurkenrohbe brauchen wir nicht. Langschwert, Kurzbogen, so, Langschwert, Kurzschwert. Alles nicht so wichtig. Ähm, Kolberscalp kann ich woanders für viel mehr Geld verkaufen. So, ähm, das, äh, das kann ich Egel auch verkaufen. Ne, das will er nicht. Ähm, gute Frage, die Mondklinge. Weiß ich nicht. Das ist eher ein Questgegenstand. Na ja, aber ich kann, äh... Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja, das hat bestimmt etwas für mich. Aber wir gehen zurück nach Berekost. Dort hatten wir, hm, zwei Hände. In Berekost hatten sie... Bolzen. Bolzen für mich. Kapstadt 1, ja, das hab ich ihm alles verkauft. Gut. So, meine Tasche. Da ist jetzt mein Vertrauter in der Tasche. Und er bekommt zwei Hände, Tane, genau, und Span. So, äh, Aufgaben, wo ich schon mal hier bin, erlede ich mal Prism. Geht zur Seite, Bürger! Ihr seid zurückgekehrt. Es war doch wichtig, euch zu vertrauen. Die Stadt dankt euch von ganzem Herzen und erbereicht euch mit Freude die wohlverdiente Belohnung. Bitte nehmt diese 900 Goldmünzen für eure Mühen. Das ist schon ein kleines Verwild. Vielen Dank nochmals. Ich habe auch noch dieses Fläschchen mit Flüssigkeit gefunden. Einer der Kobolde in der Mine hatte es bei sich. Ich glaube, dass es etwas mit dem Eisen zu tun haben könnte. Hm, ich bin kein Metallkundler, aber vielleicht solltet ihr das erstmal Donnerhammer zeigen, oben in Berekost. Er könnte ein wenig mehr darüber wissen. Noch einmal vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. So, unser Ruf ist gestiegen. Wir sind jetzt beliebt. Wir waren vorher auch beliebt, aber jetzt sind wir auf 16. Ich glaube, es geht bis 25. Ah, okay, Molehel, Heiliges Symbol und Brief sind jetzt weg. Wir haben Gold gewonnen. Gut. Und Erfahrung gewonnen. Und bald bin ich auch Magier Stufe 2. Das ist gut. Ich steige langsam aber sicher voran. Prism der Bildhauer. Vielleicht kann ich mit Ublek reden. Der weiß bestimmt etwas über Prism. Du bist ja ein Killer! Ah, mein vornehmer und ehrenwerter Freund. Das kann ich heute für euch tun. Welche Kopfgelder wurden noch nicht eingefordert? Unser Hauptmann der Garde ist immer noch auf freiem Fuß. Haltet eure Klinge bereit, wenn ihr in seine Nähe kommt. Er ist sehr gefährlich. Da war auch noch eine dumme Sache mit einem in der Stadt ansässigen Künstler um Prism. Hat uns ein paar Smaragde geklaut. Wir versuchen sie wieder zu kriegen. Wobei uns das Schicksal von Prism ziemlich egal ist. Das wären dann 300 Goldmünzen Belohnung für die Smaragde. Damit dürftet ihr euren Ruf unter den Kopfgeldjägern weghaben. Man wird sehen müssen, wie euch der bekommt. Wir haben die Smaragde zurückgebracht und wir haben Erfahrung gewonnen. Und Gold. Ein Haufen Goldmünzen Belohnung für die Smaragde, die er gestohlen hatte. Es kann sein, dass ich die Quest auch anders hätte beenden können, indem ich die Smaragde einfach da lasse. Aber ich wollte lieber die Belohnung. So, Bruns später Gurke. Kümmern wir uns. Ne, als nächstes gehen wir nach Beregost, um ein paar Einkäufe zu machen. Denn äh... Ich bin euer Tod. Ergebt euch. Und eure Reise ist schneller. Zu Ende. Okay. Äh... Äh... Was? Ich ergebe mich nichts und niemandem kämpft, wenn ihr könnt, Toter. Es macht mir nichts aus, für meinen Lohn zu arbeiten. Warum Nimbul auf euresgleichen angesetzt wurde, werde ich nie verstehen. Ja, anscheinend gibt es immer wieder Leute, die versuchen, mir das Leben zu nehmen. Nein. Nein, Durst. Ähm... Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Aber... Aber... Meine Klinge wird euch durechtstutzen. Auf... Im helllichten Tage versucht er... Oh, jetzt hat er Angst in Minsk. Nein. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Sonst ist mein Habsterbar für alle Wiese. Ach... Okay. So gut wie erledigt. Ich bin euer Tod, ergebt euch und eure Reise ist schneller zu Ende. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Bisschen mehr Glück und schon... Ah, der hat auch wieder schöne Beute. Rüstungsklasse, Minus 5 gegen Geschosswaffen. Das ist doch gut. Der kann mehr anziehen. Dann kann er vielleicht werfen. Und dann Kurzschwert plus 1, das können wir verkaufen. Infravisionsring. Jeder hat Infravision, der diesen Ring trägt. Das kann er hier. Denn ich bin 11, ich habe Infravision. Kalid. Da geht ihm Kalid. Dann kann er. Und Nimbul. Das Geld, das ihr von Transic erhalten habt, sollte ursprünglich in eure Neu entsprechen. Blablabla. Also, Nimbul wurde von Transic geschickt. Und Biregost war, glaube ich, jemand, der mir sehr coole Gegenstände verkaufen konnte. Ja, der Schmied. Genau. Gehen wir zu dem Schmied in Biregost. Städte sind immer so beängstigend. So viele Leute. Aber selbstverständlich! Das haben Städte so an sich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Officer Vai. Ah, wo ist Bord der Zweite? Ich dachte mir schon, dass ihr es sein könntet. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als euren Taten in Naschkel. Ich bin Officer Vai von der Flammen in der Faust und, ehrlich gesagt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben, Officer Vai. Wie kann ich euch behilflich sein? Meine Truppe und ich sind von Baldes Tor abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keine neuen Befehle erhalten und, ehrlich gesagt, gefällt mir das Ganze gar nicht. Die Überfälle sind seit eurer Rückkehr aus Naschkel schlimmer geworden. Früher dachte ich, dass es sich dabei nur um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten. Aber heute sehe ich das anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Auf jeden Fall muss ich meine Truppen nach Baldes Tor zurückbringen. Ich werde für jeden Räuberskull, den ihr mir bringt, 50 Goldmünzen bezahlen. Sagt das bitte auch weiter. Ich will dieses ganze Gebiet gesäubert haben, bevor der Winter beginnt. Okay. Alles klar, Vai. Dann sprechen wir mal mit Officer Vai. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart. Also, weiter so. Je mehr Räuberskulls ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Ich nehme euch die Skulls eben ab. Also, ihr kann euch die Räuberskulls hier für 50 Gold verkaufen. Deswegen habe ich sie nicht früher verkauft. So. Gurkes Umhang. Tassloi im Mantelwald. Okay. Und danach gehe ich auch in den Mantelwald. Denn Mantelwald sind auch gute Gegenstände zu kaufen. Das hat das Kind hier gesagt. Elminster. Wie gesagt. Das letzte Mal habe ich gesagt, es sieht so aus wie Elminster. Und es ist tatsächlich Elminster. Und Elminster sagt zu mir, erneut kreuzen sich unsere Wege. Es ist wohl an der Zeit, dass wir einander vorstellen, da wir uns zweifellos wieder begegnet werden. Ich halte Elminster. Ich habe viele Geschichten über eure Taten gehört, seit wir voneinander getrennt waren. Es scheint, dass das Schicksal euch für Großes an der Schwertküste ausersehen hat. Eine nicht geringe Last für einen jungen Mann. Ich habe nur getan, was ich für das Beste hielt. Es scheint für wahr der Fall zu sein. Eure Handlungen zeugen von Nächstenliebe und freiem Willen. Sei dies nun Absicht oder nicht. Aber genug von meinen Ausführungen. Vor euch liegt eine lange Reise und ich will euch mit meiner Rede nicht aufhalten. Ich kann euch eine Information geben, wenngleich sie für euch vermutlich nicht neu ist. Die von euch gesuchten Räuber halten sich im Nordosten auf. Nun will ich meinen Abschied nehmen. Okay. Jetzt kommt das Kind zu mir. Was war der Zweite? Was war der Zweite? Mir hat jemand im windigen Schwindel eine Goldmünze gegeben, damit ich euch suche. Augenblick mal, mein Kind. Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Ist es Officer Wei? Mit ihr haben wir nämlich schon gesprochen. Ja, sie ist wirklich sehr nett, nicht wahr? Naja, ich gehe jetzt besser, sonst macht Mama sich Sorgen. Timora passt auf dich auf, ja? Timora ist eine Gottheit, nehme ich an. Es gibt ja mehrere Gottheiten in dieser Welt. Es dürfte nie so schwer sein. Äh, wo sind alle? Ähm. So gut wie erledigt. Mal nur. Das Gute ist, dass ich jetzt... Ich hab genug davon. ...eventuell... ...stellen kann. So gut wie erledigt. Nee. Hier lang. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich hab genug davon. Es dürfte nie so schwer sein. Tja, das ist seltsam. Aber selbstverständlich! Vielleicht weil's Nacht ist. Ups. Ich diene der flammenden Faust! Ha! Acht Stunden gerührt. Ich diene der flammenden Faust! Zumindest sind wir jetzt wieder alle geheilt. Ich diene der flammenden Faust! Ja, ja, ja. Ich diene der flammenden Faust! Okay, ich kann leider nicht rasten. Ähm. Brennender Zauberer. Rote Gabe. Gagains Geschäft. Hm. Rote Gabe. Schön für euch, wenn ihr schafft uns zu retten! Was gab... Ah, hier Weißbremer auf die Räuber. Okay. Ähm. Wir werden jetzt... Berekost. Ah! Ja, ich bin gerade in Berekost und dann kann ich hier mal einen Besuch geben. abstatten und wir sagen, dass ihr Mann gut in Amn angekommen ist. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, Marianne. Seid gegrüßt. Das war ja schwer zu finden. Es ist ein Brief von meinem Rohe. Oh, danke für diese frohe Kunde. Bitte lasst mich euch diesen Ring geben. Er wird euch auf euren Reisen beschützen. Ha! Schutzring plus eins. Und Erfahrung. Wow. Wieder eine Quest Rüstungsklasse Bonus. So, jetzt ist meine Rüstungsklasse minus sechs. Eine sehr, sehr gute Rüstungsklasse. Gut, dass ich diese Quest gemacht habe. Und jetzt ist es auch wieder Tag. Das heißt, die Schmiede hat hoffentlich wieder... Ah, Donnerhammer ist Schmiede. Ach, deswegen. Jemand hat letztens wieder von Donnerhammer gesprochen. Per Du ist Kutschwert. Goraein wäre auf eure Taten stolz. So gut wie erledigt. Wo geht's jetzt lang? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Deswegen war es leer. Hübsches Zeug, was ihr da habt. Gutes Material. Ankeck, wenn ich mich hier nicht irre. Hab sowas lange nicht mehr gesehen. Blablabla. 500 Goldminzen. Ähm. Okay, ich kann Ihnen sagen verdoppeltes Angebot. Moment mal, so knapp ist das Zeisen nun auch wieder nicht. Ich bekomme 500 Goldminzen nicht mehr. Also gut, ich akzeptiere. Okay, für 500 Goldminzen. Hallo, kann ich an diesem wunderschönen Tag irgendetwas für euch tun? Ich komme gerade aus Neschke. Ich habe dieses Fläschchen bei einem der... Moment nichts. Äh. Ich muss nochmal schauen, ob ich... Statt verkaufen möchte ich eigentlich, dass er mir die... Vielleicht... Kann ich... Kann mir auch jemand diese... Den... Den... Den Panzer mal machen. Ähm. Okay, ich kann anscheinend nur... Den... Ankeck-Panzer verkaufen, aber nicht... Äh. So. Ah, hier. Also das ist... Das ist die Quest. Der Typ meinte, dass er das Fläschchen untersuchen kann. Hoho. Ich komme... Hallo. Kann ich an diesem wunderschönen Tag irgendetwas für euch tun? Ich komme gerade aus Neschke. Ich habe dieses Fläschchen bei einem der Kobolde gefunden, die in der Mine lauten. Ich glaube, dass es der Grund dafür ist, warum das Eisen so brüchig ist. Ihr habt es gefunden? Einfach so? Nun, das bringt sicherlich etwas... Sorry. Nun, das bringt sicherlich etwas Licht ins Dunkel, nicht wahr? Ich dachte, vielleicht könntet ihr das Fläschchen verwenden, um eine Möglichkeit zu finden, die Auswirkungen rückgängig zu machen. Das kann ich nicht. Nein. Aber ich kenne jemanden, der das kann. Gib mir ein paar Tage Zeit, dann sollte ich ein paar Ergebnisse präsentieren können. Okay. Fläschchen mit geheimnisvoller Flüssigkeit. Das ist gar nicht im Regulier im Tagebuch. Ich sollte in ein paar Tagen zu Donnerhammers Schmiede zurückkehren, um zu sehen, ob Taerum eine Möglichkeit gefunden hat, die Auswirkungen des Gifts Kobolde rückgängig zu machen. Und dann werde ich ihnen auch noch das hier verkaufen. Das. Oh, für eine Goldminze verkauf ich ihnen das doch nicht. Okay. Dann mal schauen, was du so für mich hast. Kurzbogen plus 1 für 2000. Das wäre gut für sie. Kampfstab plus 1. Wer hatte schlagende Lederhams? Langschild plus 1. Brunkharnisch. Schattenrüstung. Wow. Schattenrüstung ist echt teuer. Immer voller Behälter. Immer voller Behälter. Das ist doch gut. Das sind unbegrenzte Anzahl von Bolzen. Genau das, was ich möchte. Brunkharnisch. Vielleicht später. Langschild plus 1. Oh. Langschild plus 1. Ach. 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 Fronkanisch können wir uns jetzt gar nicht mehr leisten. Das sollte aber nicht so schlimm sein. Ist auch viel zu teuer, dieser Fronkanisch. Dann haben wir noch 7.000 übrig für andere Dinge. Wie zum Beispiel, das habe ich gesehen, Kurzbogen plus 1. Langbogen. Gut, so, dann kann ich... Nein, dann kann... Keine Änderung? Bistungsklasse Bonus minus 1. Bistungsklasse minus... Scheint sich ja nicht viel zu ändern. Hier ändert sich aber was. Okay, na gut. Hier ändert sich auch was. Etw 0, 1 weniger, Schaden, 1 mehr. Und er bekommt so viel Bolzen, wie er möchte. Das heißt, er kann jetzt unendlich lang schießen. Also das ist ein immer voller Behälter mit so vielen, unbekannt, mit einer unbegrenzten Anzahl von Bolzen. Das heißt, er kann jetzt so viel schießen, wie er lustig ist. Ich kann so viel schießen, wie ich lustig bin, ja. Der Stoffbeutel enthält eine unbegrenzte Anzahl von Schleuderkugeln. Okay, sie muss noch Schleuderkugeln benutzen. Ja, und ich meine, er kann ja auch dieses... Er kann auch diese Dinger werfen hier. Und damit sind wir auch ein bisschen davor gewappnet, dass unsere Waffen nicht kaputt gehen. Das besteht immer die Gefahr. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ah, kein Punkt. Ich habe schon alles. Hildsteine könnte ich auch verkaufen. Mache ich aber erst mal nicht. Munitionskürtel. Dafür kann er mir was geben. Oh. 600. Gut. So. Das ist doch mal gut. So gut wie erledigt. So, und dann werden wir die Aufgaben erledigen. Zum Beispiel Gurkes Umhang. Gurke, einem heruntergekommenen alten Zwerg in Beeregost, wurde sein angeblich berühmter Umhang von einer Gruppe Tassleu im Mantelwald gestohlen. Nach unserer kurzen Begegnung bin ich zum Beschluss gekommen, dass ich alles in meiner Macht stehende tun muss, um seine schlechte Laune aufzuheitern. Mantelwald. Okay, dann gehen wir jetzt zum Mantelwald. Und dann gehen wir zum Mantelwald und damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe mal kurz in die Nähe des Mantelwalds. Na, wo ist denn der? Ich glaube, um zum Mantelwald zu gehen, muss ich hier nach Westen gehen. Oder ich gehe... Ja, so gut wie erledigt. Ich gehe hier hin. Und dann... Es dürfte nie so schwer sein. Geht, Karte. Bevor ich dahin gehe, sollte ich vielleicht auch zu der anderen Seite gehen. Obst du kurz? Nein, egal. Nach Westen. Es dürfte nie so schwer sein. Wo ist der Mantelwald? Wir werden einfach mal alles erkunden. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Und vergiss nicht, die Webseite zu besuchen.